MSV Stahl! Gordon, schön, dass du dir Zeit genommen hast. Du bist uns ja noch was schuldig. Deine ersten Elf, bist du bereit? Ja, los geht's. Sehr gut. Football ist? Amerikanischer Volkssport. Soccer ist? Das falsche Wort. Meinen Bachelorabschluss habe ich in? Wirtschaft. Meinen Masterabschluss habe ich in? Überraschenderweise im Sportmanagement. Partys von Studentenverbindungen in den USA. Ganz gefährlich. Mit einer vollen Kurve einen MSV-Sieg zu feiern ist? Das geilste, was ich in der langen Zeit erlebt habe. In der Kabine sitze ich neben? Momentan neben Philipp und neben Jonas. Mein linker Fuß? Meine stärkste Waffe. Der spannendste US-Sport ist? Schwierige Frage. Ich bin nicht so ein US-Sport-Fan, aber wahrscheinlich Basketball. Mein Vater hat? Boah. Sehr, sehr viel für mich getan. Der beste oder schlechteste Namenswitz, den ich bislang gehört habe. Der kommt wahrscheinlich von Marlon und Marlon. Danke dir. Gerne.